so liebe alphas wir befinden uns hier am drehort des videos was am freitag rauskommt die lord kracht in die fresse von deutschland und wird einiges vernichten hier hauptperformance aber ich hoffe dass wir durch solche auseinandersetzungen wie heute wieder zu einem anderen bewusster empfinden und uns an den pranger zu stellen 15 jahre battle rap 15 jahre stumpf 1 auf einmal fragen sie passt das noch in den rahmen kunstfreiheit ich fühlte mich wie der startzeit nummer eins bundesweit nur skandale die dramatik unerreicht druck steigt und es hagelt auf mich ein so freunde alle die mein buch gekauft haben und gelesen haben wissen ja dass phasenweise immer gönnjamin wochen stattfinden gerade ist so eine in gange das kriegt ihr auch alle mit ich hoffe ihr zelebriert das auch mit meine freunde auch jede gönnjamin wochen hat man irgendwann ein ende nicht mehr nicht mehr Alles.